Die Chinese Super League, kurz für Chinese Football Association Super League, ABK. CSL ist die höchste chinesische Fußballspielklasse. Sie wurde 2004 gegründet, nachdem die 1994 gegründete Chinese JIA League im Jahre 2003 eingestellt wurde. Sie untersteht der Chinese Football Association, dem Nationalen Fußballverband. Seit 2014 ist die Firma Ping An Insurance Hauptsponsor der Liga, weshalb die Liga seit 2014 Ping An Chinese Football Association Super League heißt. Geschichte Die Liga ersetzte 2004 Kaka war der bis dahin höchste Liga Chinas, die JIA League, wegen eines Korruptionsskandals. Bei dem Recherchen des chinesischen Fernsehens aufgedeckt hatten, dass mindestens die Hälfte der Spiele der Saison 2003 manipuliert worden waren. Dieser Skandal führte beinahe zum finanziellen Zusammenbruch, da Sponsorenverträge in Höhe von 21 Millionen USD gekündigt wurden. Ursprünglich war es geplant, die neue Liga mit einem Absteiger und zwei Aufsteigern zu spielen. Es nahmen in der ersten Saison zwölf Mannschaften am Liga-Betrieb teil. Es gab keinen Absteiger, aber zwei Vereine aus der zweiten Liga kamen hinzu. Der erste Meister der neuen Profiliga war Shenzhen Jianlebao. Vor der Saison 2006 drohte der chinesische Fußballverband, die Liga wegen anhaltender Korruption zu schließen. 2006 sollte die Liga bis auf 16 Vereine aufgestockt werden. Der Verein Sichuan Guangcheng zog sich jedoch kurz vor Beginn der neuen Saison aus der Liga zurück. Damit fand die Liga mit nur 15 Mannschaften statt. Auch für die Saison 2007 plante die Liga mit 16 Mannschaften. Doch auch diese Saison wurde nur mit 15 Vereinen gespielt. Der Besitzer von Shanghai United wurde Mehrheitsseigner von Shanghai Shenhua und verschmolz beide Vereine. Der Fusionsverein verschwand am Ende aus der Liga, da er die kleinere Fanbasis hatte. Chinesischer Rekordmeister ist der Verein Guangzhou Enver Grande mit fünf gewonnenen Meisterschaften. Am Ende der Saison 2015 wurden die Fernsehrechte der Chinese Super League für fünf Jahre an das chinesische Unternehmen TI AO Dongli verkauft. Für den Zuschlag musste die Firma aus Peking laut Medienberichten 8 Milliarden Yuan überweisen. Modus In der Chinese Super League spielen 16 Mannschaften um den Titel des chinesischen Fußballmeisters. In dem auch in vielen europäischen Ländern angewandten Modus mit Hin- und Rückrunde spielt jedes Team zweimal gegen jeden anderen Verein. Für einen Sieg erhält eine Mannschaft drei Punkte, bei einem Remis bekommt jedes Team einen Punkt. Die Saison findet innerhalb eines Kalenderjahres statt, sie beginnt im Februar oder März und endet im November oder Dezember. Die Mannschaft, die am Ende der 30 Spieltage umfassenden Saison die meisten Punkte erreicht hat, ist chinesischer Meister. Die beiden Vereine mit den wenigsten Punkten steigen in die CFA-JIA-League, die zweite Liga des Landes, ab. Aktuell qualifizieren sich der Meister und der Pokalsieger direkt für die Gruppenphase der nächsten AFC Champions League. Der Tabellenzweite und Tabellendritte startet in den Qualifikationsrunden des gleichen Wettbewerbes. Sollte der Pokalsieger schon für die Gruppenphase oder die Qualifikationsrunden qualifiziert sein, bekommt der Tabellenvierte den Startplatz. Vereine der Saison 2016 Meister der Super League Torschützenkönige Siehe auch Fußballer des Jahres in China ! Bein eister Die 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 Wart iler